Alte Handelsbörse Obwohl Leipzig bereits im Mittelalter eine bedeutende Messestadt war, gab es in der Stadt erstaunlicherweise keine Börse, die dem Vergleich mit anderen Handelsplätzen in europäischen Städten standgehalten hätte. Auf Anregung von 30 Großkaufleuten beschloss der Stadtrat 1678 deshalb den Bau eines prunkvollen Börsengebäudes. Als Standort wählte man den Naschmarkt, auf dem bis dahin vorwiegend mit gepökeltem Fisch gehandelt worden war. Der Entwurf des Frühbarocken Stadtpalais stammte vermutlich von Johann Georg Stracke, dem Architekten am Hofe von Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen. Die Fertigstellung erfolgte 1687. Die Stuckdecken für den Versammlungsraum im ersten Stock schuf Giovanni Simonetti. Dazu malte Johann Heinrich am Ende sieben allegorische Deckengemälde. Die Gewölbe im Erdgeschoss wurden an Kaufleute vermietet. Der Saal im Obergeschoss, der über die doppelläufige Freitreppe zugänglich ist, diente während der Messen als Versammlungsraum. In der Messe freien Zeit fanden in diesem Raum Feste und Bälle statt. 1886 verlagerte man den Börsenhandel in ein neu errichtetes Gebäude. Der nunmehr als alte Börse bezeichnete Bau diente danach vorübergehend als Sitzungssaal für die Stadtverordneten. Beim Bombenangriff am 4. Dezember 1943 brannte das Gebäude vollständig aus. Bei der Katastrophe gingen die barocken Stuckdecken wie auch die Gemälde verloren. Heute werden die Räumlichkeiten für kleinere Veranstaltungen und Konzerte genutzt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.